Ja, es gibt irgendwie viele Dinge, die nicht so eine konstante Wahn in meinem Leben. Sei bereit dafür, halt alles zu tun. Im Tunnel ergibt sich immer was Neues. Man kann halt immer wieder einen Engel finden, der irgendwie anders ist. Ich liebe es mit meinen Arzen irgendwelche asozialen Chrombombings zu malen. Auch wenn man zu zweit, zu dritten einen Backjump malt, zusammen ein Bild. Mit 20 Leuten mal ein Holcar oder Holetrain zu malen und einfach mal mies auf die Kacke zu hauen. Aber es hat nichts im Grafik zu suchen. Auswärts ist man immer asozial, sagt man so schön. Du kannst machen, was du willst, wo du willst. Eine neue Stadt, neues Land zu erkunden. Es ist einfach ein geiler Trip. Es sind immer geile Erinnerungen am Ende. Dass das was ganz schönes ist, dass man auch immer was hat, worum man sich erinnern kann. Die Sachen sind ja schneller weg, meistens als du kicken kannst. Und es motiviert mich jeden Tag aufzustehen morgens um 5 Uhr. Und es motiviert mich jeden Tag aufzustehen morgens um 5 Uhr. Und es ist immer noch ein geiler Trip. Aber es ist noch ein Tag aufzustehen. Und es ist noch ein Teil da. Und dann muss man sich einen echten Punkt, wo ihr und ich mache. Und dann wurde das halt vom paar Mal zusammen. und wann machen wir es mit dem treatment. Und dann kommt es jetzt noch ein paar Sachen zu erkennen. Und dann kommt es mit einem mehr schenken. Jetzt sage ich jetzt mal die Musik,